Ganz frisch der aktuelle Modell-Output für den kommenden Montag mit den Höchsttemperaturen in Deutschland. Und man mag es kaum glauben, der Vollsommer ist bei uns eingetroffen. Sogar der erste Hitzetag ist möglich. Wahrscheinlich gibt es den schon am Sonntag im Osten. Aber verbreitet sind auch mal 30 Grad am Montag möglich. Vor allem hier im Osten, aber auch im Westen. Da haben wir ein Modell-Output von 28 Grad. Das können auch locker noch mal ein bis zwei Grad mehr werden, also 30 Grad. Der erste Hitzetag wird auf jeden Fall am kommenden Sonntag oder Montag bei uns in Deutschland erwartet werden. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Ja, nun legt der Mai buchstäblich den Turbo ein, zumindest bei den Temperaturen. Aber auch der Regen lässt erst mal nach. Wir schauen auf die Temperaturen von gestern. Dann Uelzen 23,4 Grad, der höchste Wert gestern in Deutschland. Wolfsburg 22,9 Grad. Potsdam 22,7 Grad. Waaghäusl in Baden-Württemberg 22,4 Grad. Und ebenfalls 22,4 Grad in Berlin-Buch. Ja, und da packen wir noch mal so 7 Grad obendrauf. 7 bis 8 Grad obendrauf bis Sonntag, Montag. Und dann gibt es eben hier und da den ersten Hitzetag des Jahres 2023. Heute Morgen noch ist es wechselhaft. Da haben wir Regen Richtung Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Da gibt es viele Wolken, aber das ändert sich zum Christi-Himmelfahrtstag. Teilweise viel Sonnenschein. Regen ist da nicht mehr zu erwarten, aber es wird ein sehr kalter Start werden in diesen Feiertag hinein. Das sind die Frühtemperaturen am Donnerstag. Und zwar in zwei Metern Messhöhe, 0 bis plus 2 Grad. 0 Grad, das wäre Luftfrost. Und überall dort, wo wir 1, 2 oder 3 Grad über 0 messen, kann es zumindest am Erdboden für Frost reichen. Das wird also ein kalter Start in den Feiertag werden. Aber diese Temperaturen werden in der Regel morgens erreicht, 6 Uhr, 7 Uhr. Ich denke mal, da sind die wenigsten schon mit dem Bollerwagen unterwegs. Das heißt, bis 10, 11, 12 Uhr steigen diese Temperaturen natürlich nochmal ein ganzes Stück weiter in die Höhe. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Wolfsburg bis zum 31. Mai. Es wird wärmer, Temperaturen zum Teil über 20 Grad. Danach dümpeln wir meist so um die 20-Grad-Marke rum, Ausreißerrichtung 25 Grad. Aber es ist nicht komplett trocken. Immer wieder Regensignal. Das gleiche auch in Kempten in Süddeutschland. Da haben wir heute zum Beispiel sehr viel Regen, auch morgen noch. Und es bleibt sehr kühl, Tageswerte gerade mal um 5, 6, 7 Grad bei Dauerregen. Doch dann wird es auch hier wärmer Richtung 20 Grad. Marke steigen die Temperaturen an. Aber so richtig warm will es hier auch nicht werden. Meist so knapp unter 20 Grad. Was aber auch völlig normal für diese Region ist bis Ende Mai. Doch hier gilt immer wieder Regen. Vor allen Dingen ab dem 22. 24. Mai geht es hier ziemlich nass weiter. Und die Großwetterlagenkarte von heute Dienstag zeigt, es ist insgesamt ein bisschen durchwachsen. Da kommt eine Kaltfront herangezogen. Deswegen so richtig warm wird das heute nicht mehr werden mit 20 Grad plus X. Wir schauen hier auf die Temperaturen. Naja, maximal werden heute so 13 bis 17 Grad erreicht im Süden bei Dauerregen. Gerade mal so 11, 12 Grad. Vielleicht auch noch ein bisschen weniger. Also sind viele Wolken unterwegs. Sonst in der Landesmitte zeitweise auch mal Sonnenschein. Regenschauer noch mal im Westen. Aber später lässt das Ganze in Sachen Niederschlag ein klein wenig nach. In der Nacht, da lockern die Wolken auf. Die Nacht zum Mittwoch bringt teilweise nur noch Temperaturen um die 3 bis 6 Grad. Stellenweise ist hier auch schon Bodenfrost morgen früh mit ein Thema. Und der Mittwoch ist dann überwiegend freundlich. Einzige Ausnahme hier im Südosten. Da fällt zeitweise noch Regen. Ansonsten lässt sich immer wieder mal am Mittwoch die Sonne blicken. Und das Ganze bei Temperaturen um die 13 bis 18 Grad. Wir bleiben also immer noch unter der 20 Grad Marke. Und dann die Nacht zum Himmelfahrtstag. Es wird kühl werden. Die Temperaturen gehen bis zum frühen Donnerstagmorgen auf plus 5 bis minus 1 Grad zurück. Stellenweise ist also Luftfrost ein Thema. Verbreitet auch Bodenfrost überall dort, wo wir so 2, 3 Grad plus in 2 Metern Höhe messen. Da haben wir direkt über dem Erdboden mit Bodenfrost zu rechnen. Deswegen gilt empfindliche Pflanzen, die schon draußen sind, vielleicht unbedingt abdecken oder reinholen. Auf jeden Fall irgendwie vor dem Frost schützen. Am Himmelfahrtstag selbst insgesamt bestes Ausflugs- und Wanderwetter. Die Temperaturen, die lassen aber hier und da so ein bisschen zu wünschen übrig. Hier im Südosten gerade mal 12 Grad. Im Osten selbst so 14, 15 Grad. Ansonsten im Rhein-Main-Gebiet mal bis zu 19 oder 20 Grad. Aber es ist oft freundlich. Und genauso freundlich geht es auch meist am Brückentag weiter. Der Freitag bringt ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Das Ganze bei Temperaturen um die 14 Grad im Osten und bis zu 20 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Dann zum Samstag einzelne Schauer und Gewitter im Osten, aber relativ warm. Hier zum Teil schon 25 Grad, also das Kriterium für einen Sommertag. Ansonsten Temperaturen so 16 bis 22 Grad. Mal Sonnenschein, mal ein paar Wolken. Und wie gesagt, im Osten ist mal ein kurzer Schauer oder ein kleines Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Zum Sonntag vor allen Dingen im Osten noch wärmer, vielleicht sogar heiß. Der erste Hitzetag des Jahres wäre möglich. Richtung Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt. 29, 30 Grad in der Spitze. Im Westen etwas kühler, aber bei 24 bis 26 Grad muss man auch hier nicht wirklich frieren. Und es ziehen später aber dort ein paar Schauer und Gewitter heran. Ja, und danach die Tage, die bleiben dann wie gesagt auch eher warm bis heiß. Vor allen Dingen der Montag und der Dienstag, wie es danach weitergeht, ist da aber noch völlig offen. Wir schauen mal auf die Regensummen weiter bis zum Sonntagmorgen nach dem deutschen Wettermodell. Besonders nass hier im Süden und Südosten. Hier nochmal am Alpenrand so 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Im großen Rest kaum noch Niederschläge bis Sonntagmorgen. Ein bisschen was nach Westen, teilweise in Nordrhein-Westfalen, in Rhein-Pfalz und in Hessen. Das ist das, was heute Morgen dort noch fällt. Das ist da schon mit reingerechnet worden. Aber ansonsten sieht es sehr trocken aus. Zum Vergleich noch der Blick ebenfalls bis Sonntagmorgen auf das amerikanische Wettermodell. Auch hier recht wenig Niederschlag in ganz Deutschland zu erwarten bis zum Sonntagmorgen. Also da kommt seit Wochen mal wieder eine längere trockene Wetterphase auf Deutschland zu. Ja und damit verbunden eben auch diese Wärmeblase. Hier mal das Beispiel vom europäischen Wettermodell für den Montag. Da haben wir teilweise bis zu 15 Grad plus in 1500 Metern Höhe. Und diese Wärmeblase zieht hier rein nach Deutschland. Und deswegen diese sommerlichen Temperaturen mit 25 bis knapp 30 Grad am Sonntag, am Montag und sehr wahrscheinlich auch am Dienstag. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose. Die macht im Norden Ausschläge bis zu 25 Grad. Danach ein bisschen kühler. Aber immer wieder fällt hier noch etwas Regen. Und wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier relativ ähnlich. So in Mittelrichtung 25 Grad mal ansteigen. Da bleiben wir so um die 20 bis 25 Grad. Ab und zu ist auch hier mal Regen mit dabei. Ab der nächsten Woche wieder. Also komplett trocken wird es nicht sein. Einzelne Schauer und Gewitter werden uns spätestens ab Sonntagabend wieder begleiten. Und wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier erstmal deutliche Erwärmung Richtung 25, 26, 27 Grad. Danach ein klein wenig kühler. Meist um 20 Grad. Das Temperatur mittel Ausreise bis zu 27, 28 Grad. Ab und zu ist mal etwas Regen mit dabei. Und im Süden des Landes erstmal kühl mit Regen. Temperaturen kaum über 10 Grad. Nachtfrostgefahr. Aber danach wird es auch hier zum langen Wochenende immer wärmer mit Temperaturen um 20, 21, 22 Grad. Und der Regen macht nur eine kurze Pause. Ab dem 21, 22. Mai könnte es auch im Süden wieder eher nass weitergehen. Und der Blick in die Landesmitte. Auch hier ab und zu ein paar Regensignale bis zum 31. Mai. Ein kurzer Temperaturanstieg zum langen Wochenende auf über 20, 22 Grad. Danach ein klein wenig kühler. Und vor allem in den nächsten Tagen haben wir auch hier die Gefahr von Bodenfrost. Vielleicht auch Luftfrost in der Landesmitte. Nachts mal um die 0 Grad. Da sollte man auch die empfindlichen Pflanzen schützen. Wir sehen also, es wird sehr spannend in den nächsten Tagen. Vom Bodenfrost geht es direkt in den ersten Hitzetag hinein. Das ist doch auch mal eine sehr markante Wetterumstellung. Es gibt ein paar trockene Tage, aber dann sind die Schauer und Gewitter wohl wieder da. Das war es vom Wetter. Einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.